Jack Lord, ungedymen, erscheint. Na dann, wollen wir mal machen wir Heiltanz, machen wir Fluch und machen wir Megagift. Ich glaube, der Kampf wird ziemlich einfach. Ja, keine Auswirkungen, ist ja klar. Na ja, probier's mal mit dem Gifter. Und du machst mal Feuerschwert. Na, schade. 56. Naja, wenigstens etwas. Äh, du heilst mal den Lord, Abaddon, und du... Ich mach's mal doppel. 16 und 15, na, super. Vierfach. Na komm, dann mach mal... Gigabyte ist noch nicht, dann mach mal Demon Heap und du Blizzard. Jetzt spielen wir ein bisschen Diablo 3. 81 sieht doch schon besser aus. Boah. Styler. Das gleiche nochmal, bitte. Der sollte auch gleich weg sein. Ach, nö, der meditiert. Das heißt, glaube ich, irgendwie 500 Leben oder so. Aber wir hauen den auf jeden Fall mehr in eine Runde rein, als er sich heilen kann. King macht ja alleine schon fast 800 Schaden. Und das war's. Sehr gut. Intensiv. Das war doch das Doppelt. Oh, genau. Gute Technik, gute Technik. Ähm, Gif... Ja, Gifter. Doppelt wird sie vierfach. Sehr gut. Du bist kein gewöhnlicher Mensch. Ja, ich weiß. Und, das war's, Tee. Ich muss noch in den Stall rein, verdammt. Lass uns jetzt gehen. Den Stall haben wir total vergessen. Ja, den machen wir auch noch. Machen wir gleich. Tee, ihr habt Draglord besiegt. Ihr habt einen Dämonenkönig besiegt. Mir fällt kein Lob für euch ein. Wollt ihr nicht meine Position übernehmen? Ja? Nein, das ist nicht übertrieben. Ja, kann sein. Trainiert weiter. Ha, 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 ha. Ich muss jetzt gehen. Tap, 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 tap. Ja, gültig umziehen und wieder Medaillen sammeln, ne? Mühe gemacht, mit mir sein Grau. Na, vielen Dank auch. Dann speichern wir. Ups. Und, ähm, gehen in den Stall hinein. Teelein ging allein in den tiefen Stall hinein. Oh, hallo, Watabo, wat geht? Ist es wie ein gutes Fleisch. Hi, Tee. Ich meinte zwar, dass ich mitkomme, aber nicht so einfach. Es gibt noch Tore, die du nicht erforscht hast. Wenn du das alles geschafft hast, werde ich mitkommen. Aue. Was ist mit den... Na, da kann ich nicht durch. Sagen die irgendwas Neues? Mystik von Watabo ist eine furchtbare Technik. Nichts drin. Ein süßer Geruch. Mhm. Sagen die irgendwas Neues? Na, meine Super... Deine Supertechnik. Technik. Nichts passiert. Alles klar. Du bist der Hammer. Mhm. Beschwörung ist die Spezialität von Todesadel. Aha. Schon alle versteckten Tore gefunden. Die könnten überall sein. Ja. Und? Bist du immer noch ruchnäßig? Hoho. Ich hab den Dämon eingelullt. Literatur ist wirklich lustig. Hohoho. Okay. War das Turnier schon? Nups. Das hab ich wohl verpennt. Alles klar. Und du? Es gibt Monster, die zu keiner Art gehören. Ach so. So wie unser Draglord, der neben dir steht. Ich will für einen Master wie T kämpfen. Ja, wenn du gut bist, warum nicht? Mime, mime. Ich will was haben und nachahmen. Ich. Nicht. Juhu. Schleichwerbung. Herzlichen Glückwunsch. Und? Wisst ihr irgendwas Neues? Junior Monster Master. Nein. 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 Na, schade. Nichts Neues. So. Dann gehen wir mal, würde ich sagen, durch das andere Tor. Oder? Ja. Ja. Hier. Durch das, äh, Zersetzungstor. Genau. Speichern und sind durch. Pflanze müsste das sein. 28 Ebenen. Äh. Hier. Fleisch. Nuggets. Nuggets. 45. Ja, aber der hört sich auf uns. Noch mehr Nuggets. Na, keine Vierer Ebene. Oh. Jetzt so ein bisschen Miete. Oh. Da war ja schon das Loch. Ähm. Schade, dass man immer erst auf die Karte gehen muss, um nach der Feder zu gucken. Ups. Saftkraut, Zwiebler und, was war das? Beißapfel. Na, nein. Komm, wenn wir da die ganze Zeit durch diese blöden Felder latschen müssen. Ah. Kann man ja auch schweben benutzen. Ein Flugbaum. Immer wenn ich durch diese Karten gehe, kommt es mir vor, es ständen lauter Statuen rum. Und greifen mich gleich an. Und hier. Ah, ja. Ein schwarzes Loch. Super. Und nach oben. Was ist da? Ach. Eck. Was ist das? Nuggets. Und da ist nix. Okay. Dann gehen wir hier runter. Und, äh, hier rechts. Ähm. Hier die Küste. Eine Mimik. Hm. Oh. Sehr viel Tundra. Ähm. Teleport weg. Und, äh, hier anti-müde weg. Teleport und MP-Power. Naja. Na. Ein Ruhestab. Ein Ruhestab. Ach, verdammt. Hm. Hier vielleicht? Hier? Hier. Hier. Nein, nicht hier. Hier. Ja. Ein Kolosseum. Tschüss. Und Ebene 16. Ups. Ein Heiltropf. Hm. Ach, den ganzen Heiltropfen habe ich ja abgegeben. Nuggets. Nuggets. Hier aber. Ja. 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 Oh, okay. Gut. Hm. Hier runter. So. Okay. Hoffentlich wieder einige Mimicke dabei. Mimics. Ein Lura-Stab. Lura-Stab. Ein Filet. Filet. Nuggets. Heiltragend. Heiltragend. Nein. Ja, verdammt. So. Wollte Gott doch die Wildheit ent... Oh. Nuggets. Hier ist Filet und... Das war Filet, gell? Genau. Nuggets. So. Ebene 18. Und sind durch. Und jetzt. Unten links. Hier ist es ja schon. Und jetzt unten rechts. Und hier ist es noch nicht. Aber da ist es schon. Und jetzt. Nach links. Oh. 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 Eine Aggie-Beere. Was haben wir denn für Beeren dabei? Haben wir Beeren dabei? Eine Intelligenz-Beere? Hm. Wer kriegt die? Ja. Gott. Gott ist nämlich dumm. Level 19. Keine Technik. Schade. Nach links. Unten links. Unten links. Weg. Und... Hier lang. Und da ist es schon. Ebene 26. Sehen wir gleich durch. MP Power. Boah. Okay. 27. 27. Wie sieht es denn mit Level aus? 11.000, 16.000, 5.000. Oh. Oh. A Lieblot. Keine Big Bang. Schade. Big Bang Theory. Ha' Temmer. Na ja. Lebl prosperity brauchen wir nicht. Und... Mal gucken. ...was... jetzt hier ist. die Knie, die, äh, Dingsen ja alle hier, die haben ja eigenen Raum und sitzen. Ich muss hier rumlaufen. Das ist voll unfair. Unlauter, sag ich dir. Ja, genau. Einmal durchheilen. Nochmal speichern und guten Tag. Wer? Ich. Wap! Wer wagt es mich aus dem Schlaf zu wecken? Wie zöricht. Und ihr wusstet, das schreibt man übrigens groß, dass ich der Priester Hagon bin. Äh. Komm, Jude, sag nein. Merkt ihr das? Ich bin der Götterbote Hagon. Ja. Und ihr wusstet, dass ich der Priester Hagon bin? Ja, ich weiß. Dann werde ich euch nicht vergeben. Fahrt zur Hölle. Äh. Nein. Erinnert mich auch an den Draglord. So, mit dem Umhang und diesem lustigen Stab und so. Hm. Der Priester Hagon. Naja. Vierfach. Fluch. Oh, ein Mega-Gift vielleicht. Äh. Hat der eine Fledermaus auf seinem Umhang? Also ein Vempi wahrscheinlich. Er ist Batman. Man. Naja, komm, mach mal intensiv und du, ja. Lassen wir das bitte vergiften einfach. Du, mach's mal vierfach. Oh, oh. Ah, gut. Oh, wow. Ich bin begeistert. Ähm. Nochmal vierfach. Du. Hm. Trinkt das was intensiv, intensiv kann in deiner nächsten Runde. Viermal angreifen? Wahrscheinlich nicht, aber wäre lustig. Blizzard. Nee. Schade. Wäre ja auch so schön gewesen. So, du musst einmal heilen. Du machst Dämonie und du Blizzard. Oh. Du heilst dich selbst mal, du machst intensiv und du Blizzard. Eigentlich bringt es intensiv ja gar nicht so viel im Moment. Weil er ja eh alleine ist und sich wahrscheinlich nicht heilt. Hm. naja. Wie sieht es mit dem Eisschwert aus? Na ja. Bleib mal beim Dämonie wenn der trifft machst du mehr Schaden. Du darfst mal heiltanzen. Dämonie und du ja Blizzard. Na also Batsu. Na. Batsu. Noch mal intensiv und du Blizzard. Intensiv kostet ja glaube ich keine Magie Punkte. Oh. Na. Der haut rein. Dann sollte man loswerden. Man kann ja nicht direkt angreifen. Aber ich glaube wenn man so Massenangriffe macht dann nimmt er auch ein bisschen Schaden. Genau. Mal schauen ob man den dann auch besiegen kann. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Erfahrung. Hm. Ah man. Der haut zu sehr rein. Ja. Das geht nicht. Megafeuer. Gigaflamme. Na ja 18 Schaden das ist auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht wie viel der hat. Also ist nicht wie viel Schaden sondern wie viel Leben. Megawind bringt es vielleicht mehr. Nicht wirklich. Okay. Eis scheint bei dem nicht zu funktionieren. Aber es war ja Atem. War ja beides Atem. Halte ich erst mal selbst. Ich probiere jetzt mal mit dem Zauber. schweben. Vielleicht kann man den vergiften. Hm. Naja. Würde wahrscheinlich zu lange dauern. Na. Das bringt es auch nicht. Das war knapp. ab. Ja. Mega Feuer und Gigaflamme. Ich will Bazu besiegen. Ich frage mich ob das geht. Gott ist dann wahrscheinlich gleich weg. Äh nicht Gott ich meine Lord. Ja. Wie viel Leben hat denn der Bazu? Ich könnte versuchen ihn zu verfluchen dann kriegt er vielleicht noch ein bisschen Schaden. Aber das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Jedenfalls nicht so schnell. Oh oh. Weil erstmal ich selber. Na. Also mehr Leben als der Hargon sollte er eigentlich nicht haben. Oh. Na wenigstens wurde Lord noch wieder belebt dass er die Erfahrung mitbekommt. Ha. Na klasse. 12.000 Level up. Level up. Eis 18 wird zu Blizzard. Todestanz. Töte die Gegner. Natürlich nicht immer. Aber manchmal schon. Eisschwert. Muss mal kurz einen Zettel suchen. Ich meine irgendwann mal was aufgeschrieben zu haben. Natürlich habe ich irgendwann mal was aufgeschrieben. Ist ja klar. Hier Fireball Eis Explode Feuer Wind darf man da schon mal zwei nicht. Fireball Eis und Feuer hat er Explode Wind aber nicht. Naja. Aber Eis schwert es nicht. ja komm geh weg. Bedauerlich ich der Götterbote ich bin Hermes der Götterbote verlor gegen Menschen ich werde eure Stärke anerkennen aber es gibt etwas das selbst ihr nicht besiegen könnt vergesst das nie äh was soll das sein irgendwie riecht es hier noch nach Monster ist auch egal lass uns jetzt abhauen es riecht noch nach Monster hm